Erfahre in diesem Video, warum auch du ein riesengesundheitliches Problem hast, ohne dass du überhaupt davon weißt. Es geht um das Missverhältnis zwischen den Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren in deinem Körper. Omega-6-Fettsäuren sind entzündungsfördernd, Omega-3 sind entzündungshemmend. Und wenn man hier ein Missverhältnis hat, sprich zu viele Omega-6, also entzündungsfördernde Fettsäuren hat, so hat man ein riesen Problem, ohne dass man davon weiß. Und daraus resultieren verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel die Itiskrankheiten, also mit der Endung Itis, wie Neurodermitis zum Beispiel. Oder Rheuma. Herzkrankheiten aller Art haben ihren Ursprung meistens in diesem Problem, in diesem Missverhältnis. Und 95% der Deutschen haben leider ein schlechtes Omega-6, Omega-3-Verhältnis. Das hatten wir auch und haben zum Glück ein Mittel für uns entdeckt, ein Produkt für uns entdeckt, das uns in diesem Bereich geholfen hat. Und davon möchten wir auch dir erzählen. Wir waren übrigens am Anfang verdammt skeptisch, weil es ja massenhaft diese Omega-3-Produkte schon seit vielen Jahren in ganz vielen Bereichen zu kaufen gibt. Aber wir haben dann die Firma Zinzino auch für uns entdeckt. Und da gibt es einen ganz großen und zwar den verdammt entscheidenden Unterschied zu allen herkömmlichen Produkten. Und das sind die sogenannten Polyphenole, die dafür sorgen, dass das Omega-3 auch tatsächlich da ankommt, wo es hingehört, nämlich in die Zellen gelangt. Bei einem Prozess der Fischölgewinnung werden diese Träger quasi des Omega-3 gelöst vom Omega-3 und gehen mit dem Olivenölanteil, der hinzugeführt wird, hier wieder in das Öl hinein. Und dadurch hat es einfach den Effekt, den Omega-3 auch haben soll. Und das Schöne ist, wir merken es, wir fühlen es, aber es ist keine reine Gefühlssache, sondern es ist beweisbar. Und zwar mit diesem Test, den man macht, bevor man das Produkt genommen hat und dann ein zweites Mal, nachdem man das Produkt über eine bestimmte Zeit genommen hat. Wir haben massenhaft in unserem Umfeld schon Erfahrungen gemacht, wie schlecht die Werte zwischen Omega-6 und Omega-3 vorher waren und wie gut sie hinterher waren und wie sich die Leute auch fühlen. Wir haben Gott sei Dank erkannt, das war ein gewaltiges Problem, hatten jeder für sich. Und leider wirst auch du mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Problem haben. Wenn auch du dieses Problem lösen möchtest, melde dich einfach bei uns. Wir stehen dir gerne hilfreich zur Hand und haben alle Informationen für dich bereit.